Was ist die Entwicklung der ETH? ETZ hat jetzt insgesamt 20 Jahre auf dem Buckel. Das ist auf der einen Seite viel, auf der anderen noch nicht viel, wenn man sich überlegt, welche Herausforderungen es eigentlich noch gibt. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, denn hier in Central Europe hat es bis vor 20 Jahren einen eisernen Vorhang gegeben. Das hat wirklich die Leute abgeschnitten und getrennt. Deswegen sind wir noch in der Mitte des Weges, aber unsere Fahrt ist noch lange nicht abgeschlossen. Und ich glaube, jetzt ist die Phase einmal vorbei, wo man sich gegenseitig kennengelernt hat und gelernt hat, miteinander zu arbeiten, zu kooperieren. Und jetzt sollte man darauf aufbauen, wirklich ganz konkrete Problemstellungen nachhaltig zu lösen. Und da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Nach 1809 wurde die Situation komplett verändert, weil es eine neue Zeit war, wo die Partner in der normalen, demokratischen, öblichen Welt leben. So, sie wurden, in fact, partners, partners der Kooperation. So, die Europäische und Territoriale Kooperation, in fact, starte in diesem Moment eine neue Zeit. Das bedeutet, es war die Kontinuität, in der Wester Europäische 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 Europäische, aber es war die neue Eröffnung, die in der Eastern Europäische Europäische Europäische, und natürlich die neue Waffe, die neue Erwartungen und die neue Erwartungen, aber auch die neue Erwartungen. So, 1989 war der Moment, wo die Lokal und Regierungen, sie, 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 sie haben angefangen, in einer völlig völlig differente Rolle. In meiner Region, par exemple, nous avons commencé mit den Projekten Interreg traditionellen, die aufbauen, die aufbauen, die aufbauen, die aufbauen, d'abord, über die Studien, es begonnen, über die Studien. D'après, das war, das war, die Kooperation. Und zwischen den Regierungen Frontalieren, es gab die Kooperation, im Bereich der Kultur, im Bereich des Transporten, im Bereich des Politik, der Eau, die Infrastruktur, etc. Successivement, aufbauen, wir waren sehr influenziert, auch bei den Interreg 2 und 3, also bei den Projekten, die aufbauen, die aufbauen, die Regierungen, und nicht nur die Zonen Frontalieren, und das, das war schon sehr interessant, denn es gab die größere Projekte, und im Bereich des Projekten, und im Bereich des Projekten, wir hatten die Möglichkeit, zu entwickeln, zu entwickeln. Und ich denke, es wurde sozusagen substanziert, durch die Wahrnehmung des Evaluators, dass, in der Ende, das etwas gesagt hat, dass wir, mit 1% des Budgets der EU, aufbauen, auf die Leben des 2% des Populations der EU. Ich denke, das ist ziemlich ein Erfolg. Wir haben quasi quasi das viel als man hätte erwartet. Mit den 15,000 oder 17,000 Projekten, wir wissen nicht genau wie viele Projekten wir haben. Überall mit dem ETC, ich denke, wir haben viele, viele Menschen'er Leben, mit nicht der größten Geld, und wir haben viel Europäische Gefühl, etwas, was du niemals erreichen will, mit Direktives oder so. Du wirst das mit Developen, mit Looking at Challenges, und Investitionen, und Möglichkeiten, die in Europa liegen. Wenn wir die Cohesion-Policy als such, ist es die größte Europäische Aktion. Wenn ich sage Europäische, das bedeutet, dass es wirklich international ist. Es ist wirklich Europäische, weil es braucht die Cooperation zwischen Minimum 2 Partners von verschiedenen Städten. Wenn wir über Europa als die Common Aktivität, diese Aktion, wie die Europäische Territory Cooperation, können völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Für ein Zeitpunkt die Europäische Territory Cooperation in terms of Geld ist sehr, sehr original, sehr limitiert, sehr symbolisch. Das bedeutet, dass diese Aktivität, mit sehr wenig Geld, können sehr wichtig effekte politische A mio avviso, i progetti che fanno la differenza sono quelli che nascono veramente da un'esigenza della comunità e che nascono anche dalle esigenze contingenti, la crisi economica ma anche l'adeguamento climatico, città che si mettono assieme e discutono per avere un migliore servizio di autobus che inquina meno. Questa è una possibilità che un programma come un programma interregionale o transnazionale può fare. Piccole e medie imprese che cercano di essere più forti di fronte alle grandi multinazionali per tutelarsi per avere per creare per avere tra di loro per essere più forti. sono ヶ sono amici i